Kapitel 1 Paulus, ein Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen, argen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 3 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 4 Kapitel 5 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 Kapitel 6 Kapitel 5 Kapitel 5 Kapitel 5 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 5 Kapitel 6 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 Kapitel 6